Wir sind gerade um 21 Uhr auf, doch ihr habt es euch ja gewünscht, ich soll das machen. Also ich muss das einfach machen, das war so krass. Okay, also Lona, ich weiß nicht, was man in dem Spiel macht. Das ist doch ein Gott anders, oder? Okay, ich weiß nicht, was man wieder machen soll. Wieso ein Kreis, der sich da bewegt, kriegt man Geld? Okay, also ich kann mir noch mal Geld und ich kann mir einen zweiten Pencil holen. Okay, jetzt habe ich hier zwei. Und die zeichnen einen Stern. Okay, Leute. Okay, Leute, ich verdiene hier schon mehr Geld, ne? Das hier. Und man kann sich Farben hier frei vertreten für Geld. Das ist das hier. Und man kann sich auch hier Sachen verschließen. Und anscheinend gehen die schneller, anscheinend. Jetzt, wenn ich mir wieder viel Geld holen. Ich probiere einfach diese Werbung hier, was ich übermalte einfach. Das geht ja nicht. Ja, okay, ich ignoriere die einfach, okay? Okay. Leute, ich schreibe nicht gerade. Dann kann ich mir einen neuen Pencil holen. Also, du bist schon. Platz 100 bin ich. Okay, ein, kommt. Auf maximal. Holz. Ach, ich kann da Speed machen. Ah, jetzt erst die. Leute, da spielen wir das mit Internet und ich. Also, ich spiele das einfach mit Werbung. Ja, okay. Ach. Im Ernst jetzt. Mann, im Ernst jetzt. Ich will mir einfach Sachen ansehen. Jetzt, ich will machen das schneller. Okay, Leute. Dann würde ich mal so. Oh. Oh. Ich kann mir neuen Pencil. Nein, das hol ich mir nicht. Los. Jetzt. Go, go, go. Also, bis später. Okay, Leute. Ich habe jetzt schon. Okay, das geht nach meinem Konto. Was ist das hier? Ich habe einen blauen. Okay. Ich habe ein bisschen gespiegelt. Und jetzt sieht er mal, wie gut ich bin. Yeah. Ganz auf Klauenstift jetzt mal. Das war ein cooler Spiel. Das können wir öfter spielen, wenn ihr wollt. Warte. Wir können uns die neue Form fast holen. Und Leute. Werte gleich. Gleich können wir uns die holen. Ah. Wir können uns die holen. Bam. Wir haben eine neue Form. Die geht schneller. Okay, Leute. Damit mache ich jetzt ein bisschen weiter. Okay, Leute. Also, jetzt habe ich ein bisschen gespiegelt. Und mir gefällt das Spiel. Das können wir öfter spielen. Wenn ihr wollt. Ich meine, guck mal, wie gut ich bin jetzt schon. Jetzt habe ich schon zwei von denen. Das ist mir richtig viel Geld. Also, Leute. Guck mal hier drauf. Was? Hier. Hier. Hier, du müsstest drauf gucken. Dann seht ihr, wie viel ich verdiene. Gerade pro Sekunde. Schon viel, ne? Äh, und hier sind übrigens meine... Ihr wisst schon. Meine Geldanzahl. Ihr versteht das eher. Warum sag ich das noch? Leid ihr Einkommen oder stirbt? Ich könnte eher Einkommen sagen. Die ist einfach... Ihr wisst schon. Okay, Leute. Ich tue noch ein bisschen vorspulen. Okay, Leute. Wir haben jetzt drei blaue. Also, ich finde es cool. Ich habe Einkaufen. Konto. Wir drücken nochmal. Wir haben einen Mega. Der bringt einen neuen... Mann, das hat sich gar nicht gelohnt. Ach, Mann. Das hat sich nicht mehr gelohnt, was alles zu machen. Aber egal. Jetzt haben wir den, ne? Der bringt uns zu viel. Okay, ihr müsst das jetzt nicht alles anschauen, wie lange ich hier... als der ganzen Zeit herumtut. Deswegen skippe ich das jetzt mal jetzt. Okay, Leute. Und falls ihr euch fragt, warum ich den Hintergrund verendet habe... Ja, ich fand es irgendwie cool. 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 Richtig cool. Ja, ja, ja. Cool. Und ich finde... Ach, Mann. Das war's mit diesem Video, Leute. Bye. 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 Bye.